Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video unserer Abenteuerreise Wildnis. Heute dem Teil 2 unserer Erkundungstour über die Insel Senja im Norden Norwegens. Es geht um einen karibischen Traumstrand mit goldenen Toiletten, um einen Aussichtsfelsen am Meer und natürlich ganz ganz viel tolle Landschaft. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß. Nach mehreren Tagen Aufenthalt in Mefjord Fair setzen wir über Senja oben in den Ersfjord Stranda um. Das ist der Strand mit dem karibischen Flair. Dabei kommen wir auch, das ist jetzt hier links an einer Fischverarbeitungsfabrik vorbei. Ob hier vielleicht unsere geräucherten Lackzei herkommen? Ja, damit haben wir den Tunnel verlassen. Denn auf der anderen Seite des Felsen sind vor uns wieder der Meer. Oh, der Felsen hier an der Reifen. Wahnsinn. Ach, das ist eine Landschaft. Unglaublich. Das ist Norwegen. Wir streuen gerade eine neue Attraktion. Ne, neue Attraktion ist es ja gar nicht. Aber für uns die goldene Toilette. So was soll es hier geben? Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Und schaut euch das mal an, dass es hier bei uns wenigen noch Luxus gibt. So, wir sind an unserer nächsten Destination hier angekommen. der goldenen Toilette. Vor einer unglaublich tollen Kulisse. Der Parkplatz voller Wohnmobile. Der Vorteil hier, man kann hier auch baden gehen. Das ist nicht so ein felsiger Strand wie drüben. Ja, und das ist er, der Strand mit dem karibischen Flair. Der türkisblaues Wasser. Ganz feiner, fast weißer Sand. Ganz seicht geht es hinein ins Wasser. Tolle Landschaft. Übrigens, die Wassertemperatur beträgt nur 10 Grad. Das macht dann doch schon einen Unterschied zur Karibik. Und diese goldene Toilette bietet auch die Möglichkeit zum Duschen. Und von hier ging es immer dem Fjord entlang weiter. Der nächsten Attraktion entgegen, dem Aussichtsfelsen. Und von hier gibt es einen neuen Trick. Nach 200 Metern befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Ja. Nach 200 Metern befindet sich das Ziel der Zul Edwards bis zur Rückkehr. Könnte sein, dass wir da nachher ran fahren. Guck mal, da ist der Tunnel drüben. Das ist wieder so ein Fjord hier. Ja, da war etwas mit der Gardeburg, mit der Goldene Toilette. Und ja, hier guckst du rum. Ist das verrückt, ja. Oh, ist das cool. Ja, wie vorhin schon gesagt, Senja ist vielleicht Norwegen auf kleinstem Raum. Ja, nun erzähl nicht immer dasselbe. Doch, damit das wie ist. Es ist einfach schön hier, nicht zu toppen. Erklär doch nicht immer dasselbe. Es ist schön. Musik Und dann hinauf in die Berge. Hier ist es doch der Berg hinauf. Ein schöner Platz. Oh ja. Musik 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 Unseren nächsten Übernachtungsplatz fanden wir in dieser traumhaft schönen Landschaft erst direkt vor einem Tunnel gelegen. Musik 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 Unser Ziel für heute ist das Vandalen Naturreservat. Leider lässt sich dieses Naturreservat nicht besuchen. Es ist zu modrig. Auch wie man sieht noch immer sehr neblig. Und erst am nächsten Tag hat sich der Nebel dann endlich verzogen. Aber wie gesagt, wir blieben nur eine Nacht und fuhren schließlich weiter. Musik Musik Unser Ziel ist ein Lost Place hier auf der Insel. Musik 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 schaut euch das an. Die Birkenrinde diente hier als Isolation, als Abweckung nach außen. Schade, die Hütte ist eingestürzt. Ja, das ist alles nicht mehr in Betrieb. Schade eigentlich. Dort steht ein so typische Bauten, wie wir sie also auch in Abisko, das ist ja Schweden, wir sind ja in Norwegen hier, in Abisko gesehen haben, in diesem Sami-Museum dort. Untertitelung des ZDF, 2020 Heini wieder mit seiner Wünschelrute. Aber es gibt hier offensichtlich noch wesentlich mehr zu besichtigen. Ich glaube, vielleicht sollte man Sehn ja tatsächlich noch mal besuchen. Die haben so viel zu bieten. Das kriegt man mit einmal nicht mit. Und nun fahren wir wieder über die Straße 86 der Brücke von Finsnes entgegen. In der Ferne grüßen bereits die schneebedeckten Berge des Festlandes. Dann geht's. Dann geht's. Das war's. Tschüss Senja, wirst du mal so sagen. Ja, Tschüss Senja. Und damit verabschieden wir uns gleichzeitig auch aus dem Norden von Norwegen. Wir hoffen, unser Video hat euch gefallen. Wir sind damit nämlich am Ende unseres Teils 2 über unsere Reise hier über die Insel Senja. Wenn dem so ist, gebt uns gerne einen Daumen nach oben oder wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, abonniert am besten den Kanal. Wir haben noch einiges vor, sind noch nicht fertig mit Norwegen. Und ja, wir sagen zunächst einmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.